ja servus leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge played up hier auf meinem knall freue mich dass ihr mit dabei seid wir beginnen heute tag 4 in unserem restaurant ich bin mal gespannt ob wir es schaffen viele gäste also viel erwartete gruppen gruppen muss ein bis zwei ich bin gespannt leute ich freue mich und mal gucken ob es so klappt wie wir uns das vorstellen und was wir hier mit den pilzen machen müssen ich habe gar keine ahnung ich hätte vielleicht den übungsmodus machen sollen egal jetzt ist zu spät es ist zu spät hat dass man immer doppelklicken haben uns das bisschen nervig das war jetzt so nicht der plan gewesen muss ich ganz ehrlich sagen aber ist passiert kann man sich ändern sitzt du haben auch einmal mittel ach mit pilz auch noch okay das war's restaurant vorbei dein restaurant musst du schließen danke sehr fortschritt erreiche mehr upgrade karten um mehr erfahrung zu erhalten level 2 neues gericht freigeschaltet der zusätzliche gericht auswahl fügt ein weiteres gericht hinzu das ausgewählt werden kann neues garagenteil okay 10 minuten bei 180 grad also 30 sekunden über 36 mal gerade achte schon okay fortsetzen okay salat können wir jetzt mit salat weitermachen oder wie sieht das aus oder können wir hier machen gefährlich kochstelle 10 minuten wir verdoppelt geschwindigkeit aber entzündet sich nach anbrennen von essen können wir hier was machen die na ich denke mal wäre möglich zweimal okay ich habe keine ahnung ich habe ehrlich gesagt keine ahnung ich weiß nicht ob wir jetzt nur salate machen oder auch steak oder wie es da aussieht ich habe keine ahnung wir machen jetzt nur salate kein steak auch machen ist die können wir nicht machen das machen jetzt machen wir das sieht gleich aus nehme ich das ja okay machen wir da beginne hier und schauen wir mal schauen ob es diesmal besser wird kopf salat zerkleinert und optional zerkleinerte tomate hinzugeben tipp rezepte kann jetzt seit dem pause angezeigt werden ok erwartete gruppen vier gruppen aus 1 bis 2 würde sagen machen wir hier ein tisch hin machen wir hier ein tisch hin der stück kommt weg buchungstisch manchmal muss man dinge einfach antreiben buchung annehmen interagieren um die zeit bis zum nächsten gast beschleunigen beschleunigen was zum deutsch egal ähm 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 äh keine ahnung egal also wir haben ich habe keine ahnung wie 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 funktionieren die gerechte ich habe keine ahnung wenn wir sehen glaube ich 1000 menü äh rezepte ach da rezepte kopf salat zerkleinern und ob sie passt auf wir gehen mal in den übungsmodus ich glaube das ist gar nicht mal so eine schlechte idee wo ist der übungsmodus da wir machen mal den übungsmodus leute ich bin mal gespannt ja möchte ich errungenschaft freigeschaltet chef school cool es kommt katzen katzen wir machen uns übungsmodus interessant wir machen uns übungsmodus interessant wir machen uns übungsmodus interessant wir machen uns übungsmodus wir machen uns übungsmodus haben wir diese zwei gerechte erscheint so ne kommen wir machen uns übungsmodus ja ich merke schon wo die reise hin geht wieder Ja, was gefällt mir hier dran aber nicht. Ich glaube das ist hier ... Geht der Übungsmuls unendlich langer oder ist er auch irgendwann zu Ende? Da können wir so abschließen. Ich weiß nicht ob das auch Geld bringt. Können wir die Katzen bedienen? Scheint auch Geld zu bringen? Okay. Ob wir das Geld auch nutzen können ist dann die andere Frage. Ich würde sagen, wir verlassen im Übungsmodus, heißt das ja? Wir haben kein Geld. Okay. Das heißt das Geld zählt auf jeden Fall nicht dazu. Dann würde ich sagen, aber würde ich gerne folgendes machen. Ich würde gerne, glaube ich ... Ich würde hier hinstellen, das hier hinstellen, das hier hinstellen. Den Mülleimer stellen wir mal mit nach hier hinten. Ich weiß nicht ob wir den überhaupt brauchen werden. Dann schauen wir mal. Würde ich so versuchen zumindest. Und von daher starten wir in den Tag, Leute. Tag eins. Hier. Viel Gäste waren es, glaube ich, ne? Ich glaube, viel Gäste waren es. Eieieieiei. Das hatte ich auch vielleicht annehmen. Danke. Okay. Plus fünf Münzen. Okay. Ah, schon war es da. Tag läuft, ne? Tag läuft, ne? Wir sollten ja gucken. Pipps! Pipp. Pipp. Die Tasten muss man finden wieder. Haha, das ist auch doof. Aber können wir hin? Ahh! Verdammt! ok folgendes das dahin dann machen wir erst das andere essen was wird im hintergrund glaube ich sicher wenn ich mir nicht ich habe zumindest keine hinterprogramm eigentlich großartig laufen das muss besser werden organisiert ist anders organisiert ist anders aber es kriegen wir hin erwartete gruppen gruppengröße 4a gruppen aus ein bis zwei ok was haben wir hier wählt dann nicht mal haben möchte ist also mülleinwander tresen der wahre unbesogene hält in jeder küche vielseitig upgrade bar forschungsschreibtisch ist sonst ist für uns zu teuer spülbecken geschirr mehr gespielt ich würde ist eigentlich gar nichts gutes dabei so wirklich spülbecken weiß ich jetzt nicht um den geschirr könnte man niemand aber ich weiß nicht ich würde das geschirr nehmen ansonsten würde sagen lassen was dabei glaube ich für 10 neu wählen weiß ich jetzt auch nicht ob das sinnvoll ist macht für mich jetzt gab keinen so großen sinn eigentlich für mich eigentlich jetzt keinen so großen sinn aber gut schauen wir ich bin gespannt wie es weiter geht so soll man zum montag machen machen die nächsten folge machen regen noch eine folge hinterher leute und danke euch erstmal hier an dieser stelle fürs zuschauen denn die folge ist jetzt fast vorbei ich freue mich wenn ihr nächsten folge wieder mit dabei ist nächste woche dienstag 7 uhr geht es weiter mit plate up hier auf meinen knall und sag einmal danke fürs zuschauen bis dahin erstmal servus und tschüss so